Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 29.200 US-Dollar. Wir haben leider nicht mehr die Marke von 28.400 US-Dollar geknackt, beziehungsweise unsere grüne Box abgeholt. Trend trotzdem ein bisschen fraglich, sieht nicht wirklich extrem bullisch aus. Wir kriegen kein wirklich signifikant höheres Hoch rein. Immer nur diese kleinen Wicks, wie wir uns jetzt im Endeffekt positionieren könnten oder wie jetzt der Plan ist für die nächsten Stunden oder auch eventuell fürs Wochenende. Das werden wir uns im heutigen Video anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Natürlich alles for free. Gut, damit würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt rein in die Analyse. Wie gesagt, momentan bei ungefähr 29.200 US-Dollar. Ihr seht hier schon, der Trend ist zwar noch intakt, aber so richtig Volumen-based kriegen wir hier überhaupt nicht in den Markt hinein. Natürlich hat es auch ein bisschen damit zu tun, Gold pumpt extrem weiter. Dollar schmiert ein bisschen ab, wo wir uns jetzt auch gleich nochmal ein bisschen angucken werden, wie sich der momentan positioniert. Banken sterben wie am laufenden Band, zumindest die Regionalbanken. Haben wir ja gestern schon darüber gesprochen. 50 Prozent, 40 Prozent Minus ist da gang und gäbe momentan. Und JP Morgan freut sich ins Häuschen, Näschen, keine Ahnung wie es heißt. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Nein, ja, Bitcoin, wie gesagt, 29.200 US-Dollar. Wir fangen mal ganz kurz an mit dem 1-Stunden-Chart. Wir sehen uns das hier mal ganz kurz an. Da seht ihr schon, okay, volumentechnisch ist da wirklich nicht viel zu machen. Und ich bleibe auch irgendwie weiterhin dabei, dass wir zumindest diese 28.400 US-Dollar noch einmal testen sollten. Das einzige Positive, was halt jetzt gestern noch einigermaßen im Endeffekt positiv war, ist, dass wir das Golden Pocket einerseits hier erstmal zurückgewiesen wurden und dann das kleinere Golden Pocket. Und zwar, das ist dann dieser Bereich hier. Huch, das wollte ich nicht. Es laggt wieder mal ein bisschen. Manchmal Trading View, wir hatten es gestern schon im Livestream. So, dass wir hier eben nochmal diesen Bereich hier nochmal ganz kurz getestet haben. Das heißt, dass wir einerseits oben rejected worden sind und jetzt schon zum zweiten Mal kein wirklich signifikant höheres Hoch reingekriegt haben. Zwar die Supply jetzt erstmal hinfällig ist, das heißt, die können wir rausmachen. Aber so richtig Schwung kommt da nicht wirklich rein. Es ist einfach kein Volumen im Markt. Das haben wir uns auf Binance schon angeguckt, die letzten Tage immer wieder auf den Daily Chart, das Volumen, seit wir eben hier oben in dieser 26, 27K Region sind, überhaupt nicht angestiegen ist. Momentan könnte das natürlich auch ein Grund sein, okay, der ganze Markt ist ein bisschen so mehr Spot getrieben anstatt Futures getrieben. Für mich persönlich müssen wir aber hier wirklich mal über diese Marke von 29.300, 29.400 mal wirklich ein Close drüber schaffen. Weil ansonsten ist es für mich alles so ein bisschen Fake-Out-mäßig, Bearish Divergence auf einen 1-Stunden-Time-Frame, was ehrlich gesagt eher dafür spricht, dass wir eben nochmal diese Base hier unten bei ungefähr 28.200 bis 28.400 testen. Das war gestern schon das Ziel, haben wir im Video drüber gesprochen, haben wir gestern im Livestream drüber gesprochen, dass hier unten einfach diese Liquidität für mich persönlich nochmal angetestet werden sollte, um dann, sag ich mal, wirklich im Breakout Richtung 30.000, 30.200 US-Dollar, also diese Box hier oben, nochmal angetestet werden sollte. Ansonsten, kurzfristig, Abtrend natürlich in Gange, aber nicht wirklich halt Volumen-Geschützt. Das ist so eben dieses Negativ-Beispiel daran. Abtrend ist schön und gut, aber wir brauchen halt auch das Volumen dazu. Wir wollen in einem Abtrend sehen, dass das Volumen von Zeit zu Zeit immer weiter steigt und das sehen wir hier eben momentan noch nicht und das ist das, was mich so ein bisschen an dieser gesamten Aufwärtsbewegung ein bisschen stört. Haben wir ja gestern darüber gesprochen, sollte diese Box hier brechen bei den 28.200 US-Dollar, würde da noch gleichzeitig für mich ein tieferes Tief bedeuten, dann wäre das ein bisschen Bearisher und wir würden hier mindestens in Richtung 27.200 US-Dollar fallen und dann, wenn eben diese Box bricht. Hier könnten wir uns dann gegebenenfalls sogar nochmal Short orientieren. Bin momentan sogar ein bisschen überlegen, ob wir hier sogar nochmal einen Short reinwagen, eben wegen der Bearish Divergence, wegen dem wenigen Volumen und so. Stop-Loss, habe ich gestern schon drüber gesprochen, wäre hier in der Art eigentlich 29.500 US-Dollar vorgesehen gewesen. Jetzt ein bisschen höher, da wir hier einfach noch technisch diesen Wick hier oben haben, der meines Erachtens auch gefüllt werden sollte. Das heißt, 29.629, 29.700 US-Dollar wäre dann der Short. Wenn ich da reingehe, dann die nächsten Stunden auf jeden Fall, da werde ich euch dann auf jeden Fall nochmal in der Telegram-Signalgruppe nochmal auf den Laufenden halten, ob ich diesen Trade wage. Unser Long bei 27.400 US-Dollar läuft momentan noch, den also weiterhin noch offen, den habe ich auch nicht hochskaliert. Plan ist, den hoch zu skalieren hier unten. Haben wir auch gestern im Livestream drüber gesprochen. Wenn wir den jetzt hier oben hochskalieren, ist unser Stop-Loss irgendwo hier genau in dieser grünen Box und das will ich eigentlich vermeiden. Deswegen planen, in der grünen Box zu verdoppeln, um den Stop-Loss hier irgendwo zwischen 27.700 und 27.800 reinzukriegen. Da haben wir noch ein bisschen Puffer, aber jetzt den zu vergrößern, macht meines Erachtens auch technisch gesehen überhaupt keinen Sinn. Gut, dann Daily Chart mal ganz kurz angucken. Auch hier seht ihr ja überhaupt kein Volumen drin, macht keinen Sinn. Also für mich müssen wir eigentlich nochmal runter Richtung 26.6, mindestens wo eben diese ganze Rallye, in Anführungszeichen ein bisschen stärker geworden ist, aber ohne Volumen halt, um die Stop-Losses hier einfach tiefer bei 26.500 bis 26.300 oder 200 US-Dollar einfach nochmal zu killen. Head & Shoulders Chart Pattern haben wir auch die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Ja, ist valide, ist aber jetzt nicht wirklich geil. Und das ist eben so dieses zweite Szenario, wo wir auch drüber gesprochen haben. Meistens gibt es da nochmal ein Fake-Out, aber wir müssen jetzt hier wirklich von mir aus ein Daily über diese 29.200, 29.300 müssen wir schaffen, weil ansonsten ist es einfach hier nochmal ein bearischer Retest eben in diesem Golden Pocket, wo wir ja gestern schon mal reingeschautet sind, Take Profit 1 erreicht haben. Vorher ist mir das alles noch ein bisschen zu heikel, dass wir hier gleich Richtung 32.000 US-Dollar hochjammen. Also wir sind momentan in so einer Phase, nichts Halbes, nichts Ganzes. Man tut sich echt ein bisschen schwer hier irgendwie mal gefühlt in einen gescheiten Trade reinzukommen. Das ist einfach momentan echt ein bisschen schwierig, auch ein bisschen so Konsolidierung, Seitwärtsphase. Wie gesagt, nichts Halbes und nichts Ganzes momentan. Gut, da habe ich ja gesagt, wir gucken mal ganz kurz auf den DXY. Wie sieht es da aus? Weiterhin keine wirklichen frischen Impulse, weiterhin Seitwärtsphase. Ich erwarte hier aber früher oder später auf jeden Fall noch eine Reversal. Und ganz kurz nochmal auf Gold. Gold auch sehr, sehr auf sehr, sehr hohem Niveau. All-Time-High wurde ja gestern geknackt, habe ich mich ein bisschen versprochen gestern. Ich habe gesagt, das ist noch auf dem Weg, aber wurde geknackt. Und dieser Wick hier oben sollte meines Erachtens auch noch gefüllt werden. Schließen wir da drüber. Dann sind 2100 oder sogar 2200 US-Dollar nicht mehr weit entfernt. Gut, dann rüber zu Ethereum. Auch hier wenig getan. Wir haben uns dieses Höhere hochgeknallt, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Im Video Höheres Hoch, drunter geschlossen. Geiles Short-Signal eigentlich. Dann runter in diese grüne Box. Die hat er sich auch abgeholt, wo wir gestern drüber gesprochen haben. Und dann dieser kleine Jump nach oben. Aber auch hier kein Volumen im Markt. Also auch nichts wirklich Bullisches momentan. Es ist einfach mehr Konsolidierungsphase. Ich glaube, das Einzige, was den Markt treibt, sind einfach die bearischen News, die wir momentan haben. Zumindest im Aktienmarkt vom Fett und sowas. Und man sieht auch hier, Golden Pocket hier wieder retraced momentan. Also es sieht nicht wirklich bullish aus. Wir brauchen Höheres Hoch. Da wäre zumindest jetzt mal der Anfang, hier über 1912 US-Dollar zu schließen. Schaffen wir das nicht, ist das hier echt absolut bearisches Signal, dass wir hier nochmal runtergehen. Und dann wird unsere Zone hier unten bei den 1.000, was haben wir gesagt, 1.832 bis 1.824. Sehr, sehr interessant. Um einerseits die Liquidität hier unten zu fischen. Man sieht hier wieder so ein kleiner Volumenvorstoß. Eine kleine Ineffizienz, die hier unten noch liegt. Wäre dann das nächste Ziel. Also auch hier momentan eher für den Freitag ein bisschen shortlastiger. Außer wir schaffen es hier wirklich mal mit einem 4-Stunden-Close über das kleine Golden Pocket hinüber. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch ganz kurz zu den News rüber. Wie sieht es dort momentan aus? Deloitte Schweiz nutzt das Killed-Protokoll von Polkadot. Schau mal gut, endlich mal wieder ein paar News von Polkadot. Das ist auch ziemlich ruhig geworden. Wir haben uns auch gestern ein paar Altcoins angeguckt im Livestream. Schaut euch den gerne an. Der ist schon hochgeladen. Wo es echt ruhig geworden ist. Aber gut, was wir machen, wir sind immer noch in einem Bärenmarkt, solange wir die 32.400 US-Dollar-Marke nicht knacken. Ja, dann war es das erste Mal fürs heutige Update. Später kommt das XRP-Update. Ihr wisst, es ist Freitag, XRP-Tag und sowas. Wird mal wieder Zeit, nachdem es in zwei Wochen ausgefallen ist. Und ja, dann war es das erst mal von meiner Seite. Ich würde sagen, Like da lassen, Abo da lassen und gerne in die Telegram-Talk und Signalgruppe rein, wenn ihr Bock habt. Dann wünsche ich euch einen schönen Freitag schon mal, einen schönen letzten Arbeitstag von meiner Seite. Das war es von mir. Bis später. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.